Wir singen wir noch Epps, singen wir noch Epps, wir singen wir halt Epps. Ja, sing wenn man Epps, sing halt einfach Epps. Einfach Epps? Und singe Epps? Ja, singe Epps. Epps, Epps, Epps. Epps, 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 Epps. Habe deren Tipp in der Set. Surf mit meinem Handy durch das Wörnwald. Egal wo's kommt, das stört mich nicht. Ich hab für jedes Problem ein neuer Epp. Neulich bin ich mit dem Zug nach Minger aufbekommen. Die haben ja mittlerweile alle so ein Telefon. Neben mir und hinter mir haben sie ein Hirn trainiert ohne den Epp. Da bleibst du ein Depp. Und die Finger abkrieg ich dann einen Hunger zum Verrecken. Mein Handy sagt, da ist ein kleiner Imbiss um die Ecke. Da sind auch dann schon mehrer Leut mit dem Handy drinnen gelungert ohne den Epp. Wär mir verhungert. Habe der Epp, ich bin der Sepp. Surf mit meinem Handy durch das World. Egal was kommt, das stört mich nicht. Ich hab für jedes Problem ein neuer Epp. Amal bin ich spaziergangen in Schwabing irgendwo. Jetzt brauche ich mal dringend schnell ein öffentliches Klo. Zum Glück besitzt mein Handy auch sanitäres Wissen. Weil ohne den Epp, da hört sie mich zu Rüssen. Gschissen. Meine Frau daheim beschwert sich täglich über ihre Falten. Ich kann's schon nicht mehr hören. Das geht leer von meiner Alten. Dann mach ich schnell ein Foto. Und helf ein wenig dazu. Weil da gibt's nämlich ein App für Lätschenkorrektur. Habe der Epp. Ich bin der Sepp. Und ich surf mit meinem Handy durch das World. Bei mir ist meine Frau davon. Das ist jetzt blöd. Weil kochen kann das App leider noch nicht. Und auch zum Potzen. Tut's mir nix nutzen. Zum Buckelkratzen. Gibt's keine App dazu. Am Ende bleibt's doch eine Spurerei. Und ich der Dapp. Wenn's menschlich wird, dann helf gar App. Wenn's menschlich wird, dann helf gar App. Dann helf gar App. Sepp du Dapp. Sepp du Dapp. Pause. Danke fürs Gleit. 20 Minuten ungefähr. Für gut.